Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Windows-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie man in Windows denn die Sprache ändern kann. Warum man das braucht, ist natürlich fraglich, aber es ist gut zu wissen, wie es funktioniert. Dafür befinde ich mich zunächst auf meinem Desktop, klicke hier unten auf das Startsymbol und gehe hier in die Einstellung mit dem Zahnrädchen. Von hier ist es auch nicht mehr weit, denn wir müssen nur noch in die Zeit und Sprache und links im Reiter Sprache. Hier sehen wir jetzt die Grundausstattung, bei mir ist alles auf Deutsch eingestellt und normalerweise dürfte hier bei euch auch keine weitere Auswahl vorhanden sein. Bei mir sieht man, ich habe ja schon eine neue Sprache installiert, nämlich Englisch für die Vereinigten Staaten, aber um zu zeigen, wie es geht, werden wir eine neue installieren. Dafür könnte ich jetzt hier alle Installierten auswählen, wie gesagt, bei euch wird es nur Deutschland sein. Wenn ihr eine neue wollt, klicken wir auf Sprache hinzufügen und nun könnt ihr euch jede erdenkliche Sprache auswählen. Da ich nicht so viele kenne, auf die ich später zurückstellen kann, wähle ich nochmal Englisch und ich werde sehen, da gibt es natürlich noch ein paar mehr und wir werden jetzt einfach mal Englisch Kanada nehmen, denn damit kann ich zeigen, wie es funktioniert und habe später trotzdem keine Probleme. Wichtig für euch könnte noch sein, welche Symbole hier stehen, denn das hängt damit zusammen, wie ist denn die Ausstattung dieses Sprachpakets. Hier zum Beispiel wird die Anzeigesprache verändert, das ist eigentlich überall so. Hier haben wir aber zum Beispiel noch Text zur Sprache, das heißt, wenn ihr das sagt, dass das umgesetzt werden kann, dann die Spracherkennung und am Ende noch die Handschrifterkennung. Ja, gerade bei den Englischen ist das öfter so, aber muss nicht immer sein. Wir nehmen Englisch Kanada, klicken auf Weiter und wenn ihr es wechseln wollt, könnt ihr direkt hier auf Als meine Windows-Anzeigesprache festlegen. Das mache ich jetzt erstmal nicht, denn ich möchte es nur installieren, um zu zeigen, wie es funktioniert. Da sehen wir auch, dass das direkt runtergeladen wird. Wichtig dabei ist natürlich jetzt, dass ihr mit dem Internet verbunden seid, das heißt, die sind nicht von vornherein installiert, sondern die müssen wirklich runtergeladen werden und wenn das fertig ist, zeige ich euch, wie ihr das auch nachträglich noch umstellen könnt. Das zu installieren dauert etwa 10 Sekunden, ich habe es trotzdem mal ein bisschen gekürzt. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze umzustellen. Wie wir jetzt sehen, haben wir hier Englisch Kanada und wenn ich da draufklicke, dann ändert sich meine Windows-Anzeigesprache. Dafür muss ich mich aber einmal neu einloggen. Das mache ich jetzt natürlich nicht, denn dann endet das Tutorial abrupt. Wir klicken hier auf Nein später anmelden. Wie gesagt, müsst ihr nicht, könnt ihr immer noch nachträglich machen. Da sehen wir jetzt nämlich auch, was wurde in diesem Paket zunächst umgestellt und meine Tastatur und meine Spracherkennung ist es nicht. Was ja Sinn macht, wenn ich in Deutschland lebe, habe ich meist auch eine deutsche Tastatur und benutze die so, aber ich kann auch hier draufdrücken und nachträglich hier auf Englisch Kanada umstellen. Hier zurückgehen und das Gleiche zum Beispiel auch für nicht die Spracherkennung machen, denn die scheint hier so nicht zu funktionieren. Obwohl das hier unten steht, wer weiß, warum es gerade nicht geht. Jetzt sind wir an der Stelle, wo ihr euch einfach ausloggen müsst. Manchmal geht es mit dem normalen Logout nicht. Ich empfehle ja einfach Neustart. Und auch dann kann es manchmal noch einen kleinen Moment dauern, dass gewisse Bereiche umgestellt werden. Zum Beispiel das Suchfeld. Ich hatte es auf Englisch umgestellt. Es hat aber zum Beispiel noch drei, vier Minuten gedauert, bis das aufs gesamte System übernommen wurde. Das heißt, wenn ihr es installiert habt, nicht gleich verzweifeln, wenn hier noch was anderes steht. Gebt dem System mal fünf Minuten und dann sollte das funktionieren. Das war es an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Schawo. Ciao. Ciao.